Pass auf, versuch den zu holen. Wenn ich sterbe, weißt du ja wenigstens, wo der ist, okay? Dann kannst du den ja holen. Okay. Das ist schwierig. Warte. Ich muss einmal gucken, ob der jetzt auch nicht guckt. Okay. Warte, du P-sch, komm raus. Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Alter. Hat er dich jetzt getötet? Nö, aber ich weiß, wo der ist. Dann töte ihn. Der liegt da und kämmt rum. Egal, warte, ich versuche mich hinter den zu schleichen. Das Problem ist, dass der mich dann sehen wird. Ich bin jetzt drei Kilometer von Beresino entfernt. Die Wache ist schon offen, brauchen wir nicht. Nördlich oder südlich? Nördlich. Nördlich. Okay. Wie kann das sein, dass der hier schon Spieler ist, ey? Das ist keiner von euch bei der Solnitschnee Factory im Wald, ne? Mit so einer Skysel. Okay, was will der hier? Na, töte ihn doch. Ja. Ich muss mich von hinten heranschleichen. Das dauert fünf Minuten, weil ich muss da einen mega krassen Umweg gehen, damit er mich nicht sieht. Aber warte mal, wenn ich Glück habe und der wartet da lange, dann kann ich das schaffen. Okay, bevor ihr hier verwirrt seid, Leute. Ich spiele mit einem kleinen Team. Eigentlich wollte ich gar nicht aufnehmen, aber ich mache es jetzt doch. Und zwar bin ich in der Factory von Solnitschnee, also die über Solnitschnee im Norden. Und habe gesehen, als ich die Farm looten wollte, dass da oben einer kämmt. Vermutlich mit einer SKS. Und ich versuche mir den jetzt zu holen. Mit guter alter Boxermanier. Wer meine Videos kennt, weiß ja, meine Fäuste sind wie Stahl. Besser als eine Mosin. Und ich versuche mich jetzt hinter den zu schleichen und den zu holen. Das dauert nur ein wenig. Weil ich muss den Umweg gehen. Ja, Moment, Moment. Das dauert. Ich muss mega den Umweg gehen. Vielleicht holt der mich ja auch noch. Weiß ich nicht. Glaubst du, der holt mich nicht. Wenn ich gleich da bin. Allt, so weit bin ich nicht mehr davon. Oh, Zombie-Aggro. Scheiße. Ich habe keine Waffe. Den muss ich aber loswerden. Sonst verriert der nicht. Jetzt muss ich den umboxen. Das dauert auch wieder drei Minuten. Scheiße. Ich habe keine Zeit, ey. Ja, der wird bestimmt schon gehört, oder? Nee, nee, nee. Ich bin gerade bestimmt 300 Meter von ihm weg. Denkst du mit Wasser nennen oder nicht? Nö. So. Hab den. Wo ist der Typ denn jetzt? Scheiße. Ja. Echt kacke, der Zombie kam umgelegen. Ich darf nämlich keine Zeit verlieren. Ich weiß nicht, wie geduldig der Typ ist. Der hat mich auf jeden Fall gesehen. Wird er ja bestimmt denken, dass ich irgendwann nochmal lang gehe, um mich abzuknallen. Nur ich muss halt einen riesen Umweg gehen. Und das dauert ungelogen wirklich drei Minuten. Och, komm schon. Was macht er diese? Sidestep nervt. So. Dauert ein paar Minuten, aber hey. Wir müssen geduldig sein in dem Spiel. Geduld ist alles. Geduld ist alles. Hauptsache, der kommt nicht von hinten. Locker ist jetzt aber schon wieder in die Stadt gerannt. Hoffen wir aber mal. Einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob der alleine ist. Ich habe aber nur ihn gesehen. Ich denke mal. Ich gehe einfach mal davon aus jetzt im Moment. Bist du da? Ist ja die Fabrik mit den zwei großen Türmen. Ja. Ja. Bei der Scheune ist der, sagst du? Ja, hinten bei der Scheune, wo die Scheune ist, am Wald. Und ich komme jetzt auch von der anderen Seite. Lauf mal im Silo kurz so ganz kurz vorbei. Nur damit irgendwie abgelenkt ist. Und ich hinrennen kann. Boah, ich komme von der anderen Seite, ne? Okay. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt noch ist, aber allzu weit dürfte das nicht mal sein. Ja, der guckt sich gerade wieder um. Wenn der, wenn der jetzt sich wieder hinlegt, dann versuche ich den umzuboxen. Ich hoffe halt, dass der mich nicht rennen hört. Dahin, das wäre dann auch scheiße. Ja, von kannst du ausgehen eigentlich. Ja, das ist nicht immer so leicht, jemanden rennen zu hören. Aber wenn einer von euch halt vor der Factory rumlaufen würde, dann wäre er auf jeden Fall abgelenkt. Dann hätte ich auf jeden Fall eine bessere Chance. Von der Scheune bin ich jetzt maximal 100 Meter entfernt. Aber ich stehe halt auf der Höhe von der Scheune schon. Ah. Okay, renn mal hinten an der weißen Scheune lang. Vielleicht zieht er dich. Obwohl, ich weiß nicht, ob das hoch genug ist wie der Licht. Ich seh dich aber auch gar nicht. Oh, wo bist du? Nein, wir sehen euch zu. Könnte ich denn in die Scheune reingehen oder würde er mich irgendwie... Nee, du könntest reinrennen. Ich war auch an den Scheunen, als ich den... Dann mach ich das jetzt mal. Aber ich seh dich gar nicht. Ich seh ja gar keinen. Ah doch, ich seh dich. Ich seh dich, ich seh dich. Ich hab so ein rotes Oberteil. Ja, 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 ja. Ich seh dich. Renn mal einfach so ein bisschen drum herum. Oder so, ich weiß nicht. So, ich bin jetzt auch da. Der ist jetzt also links von mir. Im Laufrichtung. Mhm. Ja, ja. Ungefähr 10 Meter hinter der Scheune und dann links hoch. Der allererste Baum. Der da so... Ich laug jetzt auch weiter schräger hoch. Könnte ich mir den dann nicht durchs Fenster snacken? Ich weiß es nicht. Pass auf, versuch den zu holen. Wenn ich sterbe, weißt du ja wenigstens wo der ist, okay? Dann kannst du den ja holen. Okay. Prostier dich. Warte. Muss einmal gucken, ob der jetzt auch nicht guckt. Warte doch. Ich komm hoch. Nee, ist da. Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Er hat die Waffe leer. Seine Waffe ist leer. Wo ist der? Ich hab ihn gleich. Er hat die Axt. Wo ist der? In seiner weichen, in der Landschweine. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Fuck. Ich hab ihn umgeboxt. Ich hab ihn umgeboxt. Stupid piece of shit. You little camper pussy. Die. You can't play. You can't play for shit. Das ist hurt. Das ist hurt being so bad. Ich bin jetzt auch hier. Wo seid ihr denn? Oh, ich hab ein SKS. Ich hatte Glück, Mann. Der hatte keine Munition mehr, ey. Wo seid ihr denn? Oh, scheiße. Das war alles jetzt ruined. Aber naja. Wo seid ihr? Wow. Er schießt auf mich. Hier ist noch jemand. Hier ist noch jemand. Der ist oben im Wald. Oben im Wald. Oben im Wald ist der. Über mir. Genau wo ich hingucke. Ah, ich seh den. Ich seh den. Oh, der equipt die Waffe nicht. So, ich muss nachladen. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Brust. Aber Mosin, der ist tot. 100 pro. Äh, ja. Der slidet da so lang. Gut. Okay, ich muss mich bandagieren. Ich muss mich bandagieren. Ja, mach das durch. Ich hole ihn mir in der Zeit. Hier liegt noch einer. Ja, das war der, den ich geholt hab. Ach so. Ah, den hab ich hübsch getroffen. Scheiße. Ich hab ne, ich hab nen Bruch, aber zum Glück nur am Arm. Oh geil. Wenn ich jetzt nicht laufen könnte. Wenn ich jetzt nicht laufen könnte. Wo seid ihr denn? Munition. Bin auch da. Alles. Darf ich mir seine Sachen nehmen? Ja, klar, klar, klar. Nimm dir, ey. Ich hab die SKS. Ich guck nur gerade, ob ich irgendwie was von dem gebrauchen könnte. Aber ne. Alles. Kompass. Wo seid ihr? Du kannst die, wenn du magst, die Mosi nehmen. Also, ich schieß jetzt mal und dann sag ich... Ich behalte die SKS. Ne? Hallo? Habt ihr gehört? Renn zur Factory, Ronna. Renn zur Factory, Ronna. Ich hab jetzt gelassen. Du bist, okay. Jaja, du bist hier direkt in der Nähe, Mann. Die waren zu zweit, ey. Scheiße. Zum Glück hat mich deine nicht erwischt. Oh, der andere, oh. Da bin ich immer echt stolz auf. Da unten liegt einer. Ach, da seid ihr doch. So, die sind dann noch mal kurz weg, wie gesagt. Oh, ne. Der hat hier mal das richtig dreckige PU-Scope. Kein Wunder, dass der mich nicht getroffen hat. Ja, der hat auch das PU-Scope. Das Problem ist, ich muss ausloggen. Einmal kurz, sonst kann ich da nicht durchzielen. Warte, ich logge einmal aus und direkt wieder rein. Okay, kommt, Leute. Lasst uns hier mal schnell weg. Das war ziemlich laut. Uns. Der ist dann unter uns. Shit, 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 shit. Da, wo ich hinguck. Yo, 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 yo. Versteckt euch, versteckt euch. Ich kann doch nicht schießen, weil ich bin so außer Atem. Und mein Arm ist gebrochen. Dadurch kann ich jetzt die ganze Zeit nicht gerade zielen. Mist. Der guckt hier hoch. Ne, der guckt runter. Was willst du denn machen? Warum gehst du da hin? Ich will ihn töten. Ja, mach doch von hier. Sichere Entfernung. Der hat uns nicht gesehen. Boah, ich dachte schon, was ist das? Jetzt packt er die Waffe weg. Also ich. Mein Gott. Kacke, ne? Der kommt hier rechts hoch. Der hat uns gesehen. Hab ihn. Hab ihn. Ne, der ist noch nicht tot. Jetzt ist der tot, glaube ich. Müsste tot sein. Ich wurde getroffen. Von hinten, von hinten. Achtung. Hinterm Baum. Von da, wo der war. Hinterkam. Ah, ich bin tot. Echt? Schon tot? Ja. Ich auch. Oh fuck. Sniper. Okay, okay, warte. Ich behalte eure Sachen im Auge. Achtet mal darauf, dass ihr in Kamishobo spawnt am besten. Der kann nicht von Kamishobo sein. Der kann irgendwie von links her. Das hat sich angehört, wie da hinten vom Berg von... Doch, ich seh den. Ich seh den. Ich seh den. Der rennt jetzt gleich zu euren Leichen. Dann hol ich den. Ja, dann schieß ich ihn ab. Ja. Direkt mal wieder ein bisschen geschwitzt. Man hat voll behindert. Ja, ähm. Ihr werdet hier jetzt schon gleich wieder spawnen. Das klappt schon. Der hat gute Waffen. Ich bin jetzt schon wieder da. Der hat gute Waffen, ey. Muss ihn mit einem richtig guten Scope hat er, glaube ich. Oh, ja, genau. Was denn? Ich glaube, ich bin genau im Beresino. Ne, Elektro bin ich. Ey, ist doch gar nicht schlecht. Elektro? Rennst du hier vielleicht sieben Minuten hin? Ich glaube, ich bin Beresino. Ja, ich bin am Schiff. Am Schiff ist blöd. Elektro bin ich. Ich renne einfach. Wer wird da hin? Sag, wie du den hast. Hab ihn, hab ihn. Ist er tot? Ja. Ja, mein Arm ist gebrochen. Sonst hätte ich noch besser zielen können. Ja, der ist tot. Mann, ey. Warum bin ich auch runtergerannt? Ich bin jetzt genau am Hafen von Elektro. Wobei denn? Der war echt, von wo ich gesagt hab, da unten von, also da wo wir her kamen quasi. Von da unten ein bisschen weiter. Ach so. Hast du jetzt ein Video gemacht? Ja. Oi. Okay. Okay, jetzt haben wir gutes Loot hier. Beallt euch. Drei Leichen. Ich bin quasi schon auf dem Weg. Gut. Ich bleib hier. Ich bin dann am Hafen halt. Ja. Renn. Renn so schnell du kannst, weil ich weiß nicht wie viele Leute hier jetzt an... Die Leute werden halt auch immer wieder hier spawnen wollen, ne? Ja, ja. Aber ich bin jetzt auch da. Rechts, rechts, da vor dir. Siehste? Ich bin jetzt auch da. Ja, ja. Okay. Willst du die nehmen? Ja, das ist glaube ich der Tim, oder? Ach so, ach so. Hat er den Soldatenhelm auf? Ja. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt auch da. Nee, hat er nicht? Hat er gar nicht? Nein? Hat er nicht? Dann bist du es nicht? Okay, ich komm. Okay. Hier hinter... Warte! Hast du ne Axt? Ich hab ne Axt. Nimm erst, wenn wir, äh, ähm, fertig sind. Ja, ist schon... Jetzt ist es mit rein. Ja, ich seh schon. Hast du schon ne... Oh, die Weste ist ruiniert. Ja, sag, wenn du fertig bist, weil... Tim, hinter dem Baum. Ja. Hier da, den großen. Da, hier. Wo bin ich? Hier Tim, hinter dem Baum sind zwei. Und da unten ist noch einer. So, du kannst dir den nehmen. Mhm. Wo war ich jetzt? Das bin ich, hier lieg ich. Ich bin auf jeden Fall rechts von hier. Oh, geil, der... Der hat das ACOG Scope. Shit. Aber die ganzen Magazine sind ruined. Verdammt. Wo bin ich denn? Du kannst die Munition leeren, die ist pristine. Ja, die Munition, aber ich brauch halt auch Magazine. Ah, okay. Es sind zwei Magazine. Ich find mich selbst nicht. Warte, ich zeig dir gleich, wo die anderen waren. Boah, wie viel Schuss der hat. Krass. So, wollt ihr noch... Tim, du kannst ja auch noch Dingens von dem holen, ne? Äh, Munition für deine Waffe. Von der M4? Ja. Hier lag noch einer. Genau, hier. Wo? Hier liegt so einer rum? Das bin ich gewesen. Und hier sind zwei, ne? Hier liegen zwei hinter dem Baum. Achso, ja, das werd ich sein. Also einer von denen. Ja, guck mal, was du brauchst. Einer hat die Mosin mit Long Range Scope. Geil, kannst die nehmen. Ich suche das Scope einfach nur. Ja, nimm dir doch die ganzen Waffen. Ja, ich bin bei mir selbst. Guck mal, was der in diesen Sicherungsdingern da hat. In der Box. Ich brauche noch eine neue Weste, weil meine Weste ist kaputt. Ja. Ich bräuchte... Ich bräuchte eine ganz neue Kleidung. Das ist die Kacke, weil meine rote... Ich nehme mir hier mal den Rucksack von dem. Weißt du, was wir mal gleich machen? Ach, sogar mit Bypod. Alter Schwede, die Waffe ist ja extrem krass. Weißt du, was wir gleich machen? Sogar meiner. Wissen Sie, wie selten... Da hinten liegt einer! Da hinten liegt einer! Was ist das? Wo? Geh vorne. Sieht aber tot aus, oder? Ne, der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Soll ich den Peshack mal geben? Hallo? Soll ich den mal aus Übungen meinen Kopf ausgehen? Nein, nein, nein. Das ist einer von denen, warum sollte der sonst hier hinten sein? Ohne Scheiß. Soll ich? Ich brauche ein bisschen Übung eh mit der Waffe. Na gut. Du Arsch. Das tut mir jetzt leid, aber das ist 200 pro einer von dem, ey. Ja, ja, ja. Weil keiner läuft hinten lang. Keiner. Ach man, das wäre super schön gewesen. Ja. Aber... Ja, also in der Stadt ist trinken, falls ihr braucht, ne? Ja, lass doch mal hingehen jetzt hier irgendwo hinten. Ja, mitten in der... Also hier vorne in so einem Haus, aber wir sollten das ja packen, um uns zu verteidigen. Ja. Äh, ich... Ich komme da nicht mit. Ja, du bleibst hier hinten. Du bleibst hier hinten. Du bleibst hier und... Du kannst ja da von hier... Aber so, dass wir dich auch sehen, dass wir notfalls, falls einer neben dir dich abballert, dass wir dann auf deine Leiche gucken können. Und die beschützen können. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Ich warte, empf dich. Ich bin genau hinter dir. Kannst du laufen. Lauf ein paar Meter versetzt, also so neben mir irgendwie. Durch, durch. Gut, gut. Positionier dich einfach so am Berg, dass du... Ich weiß nicht, ob du uns noch sehen kannst, wenn wir am Brunnen sind. Ich glaube nicht. Doch, ich könnte euch sogar einen Headshot geben. Okay. Ja, aber noch sind wir nicht am Brunnen. Na gut, jetzt beim Laufen vielleicht nicht, aber... Zombie. Hier ist ein Zombie. Mhm. Der Zombie rennt aber ganz anders hin. Ja, der kommt trotzdem zu uns. Der leckt und spackt gerade nur rum. Na, ich renne nicht zum Brunnen. Ja, hier ist der. Hinter der Wand, wo ich bin. Boah, ich krieg langsam wieder Farbe, ey. Wahnsinn. Wer redet denn hier? Was sind das für Sounds? Andere. Ich höre sie auch. Was ist das? Und komisch für sie so knistern und so. Spieler. Das sind Spieler, die Voicetat anhaben. Ja, aber global dann, ne? Wir können das ja nicht alle hören. Ne, ich bin ziemlich nah auf euch. Man hört den Voicetat ziemlich weit. Tim, hinter dir ist ein Zombie. Ich mach den aber fertig. Hört ihr diese scheiß Pfeifen? Nein. Ich glaub, es ist einer von euch aus dem Team-Speak, oder? Wie lange trinkst du denn, Alter? Machst du ein gefährliches Spiel? Nein, komm weiter. Okay.